Zac Efron in Wie durch ein Wunder. Sonntag, 20.15 Uhr. Und danach Systemfehler, wenn Inge tanzt. Jungs, was ist los mit euch? Niemand denkt an den letzten Champion. Jeder denkt an den nächsten. Passion, Liebe, Herz. Niemand hat das. Das ist hier unser Moment. Wir müssen hier gewinnen. Kommt jetzt, kommt! Let's go! 3-0! Ich liebe es!